Was geht, was geht, was geht? Was geht ab? Was geht ab? Was geht, was geht, was geht? Freunde, heute mal wieder eine kleine E-Challenge. Diesmal werden Chicken Wings gekillt. Ich liebe einfach Chicken Wings. Das ist die beste, die beste, die beste von den besten. Bisschen Ketchup dabei. Wäre auch nicht schlecht, wenn ich noch mal die Beste gewählt hätte. Aber ich hatte keinen Bock, danach noch weiter nachzufragen. Heute mal wieder etwas anderes als... Da ist der Kollege. Na ja, ich hoffe, ihr seht nicht komplett die Straße, weil das ist mir ein bisschen unangenehm. Aber... Ich mach's trotzdem. Und... Heute mal... Und ihr guckt mir dabei zu. Geil, oder? Da muss ich mal Klima anmachen, das ist total warm. Eins hab ich vergessen noch zu erwähnen. Das ist meine erste... E-Challenge im Auto. Ne? Und... Insgesamt das zweite... Von... Äh... Von zwei. Langsam bekomm ich wieder Durst. Und... 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 Das ist... Und... Und... Das ist... Und... bismillah ich ärgere mich immer wieder wenn ich esse und das nicht sagen man die pommes habe ich diesmal hier so drin gehabt wo ich dachte da guckt jemand jetzt rein mag ich nicht auf jeden fall ich hatte die pommes hier drin gehabt hier waren das keine platzleiter jetzt erinnere ich mich gerade wer das ist ich habe gerade jemanden gesehen mit dem ihr gerade gehört habt jetzt erinnere ich mich gerade wer der ist der hat eine braut der hat eine echt kranke braut erstens sein auto und zweitens seine freunde zwei bräute werde ich mal sagen so pommes im finish klein furcht ab immer muss die pips immer so komisch schmecken bei denen ja als wenn so der hahn der karton sag ich mal bei denen schon ausgepumpt wäre also okay I 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 Leider bin ich alleine und muss mit mir selber quatschen oder mit euch quasi. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Die ZDF ist echt lang geworden. Versuch es aber auf jeden Fall kurz zu halten. Der Lester WING, 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 WING. Endlich geschafft. Ich hätte nie gedacht, dass das Video so lang gehen wird. Scheiße, das wird jetzt wieder voll viel Arbeitsplatz, Arbeitsspeicher kosten im PC. Aber trotzdem werde ich das weitermachen. Wenn ihr wüsstet, wie viele Dinger schon davon weggefressen habe. Niemals hätte ich das geglaubt. Nie im Leben. Never, never, never. Oh. Feuchtduch vergessen. Händel, Händel, Hände kleben. Händel, 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 Händel kleben. was gibt es noch großartig zu reden was kann man denn noch so sagen also wie ihr wisst the journey ist ja momentan draußen aktuell auf meinem kanal mafia 3 sind wir durch leider muss man ehrlich sein ist nicht das rausgekommen was ich mir vorgestellt habe aber aber es gibt ein aber eine gute nachricht ich habe endlich meine video formate besser hinbekommen die grafik meine ich also die grafik einstellung habe ich viel besser bekommen und ja auf jeden fall ist mein handy auf jeden fall statt 1080p habe ich jetzt 1080p 60i oder so ist noch mal ein ticken besser viel besser als die vorherigen videos und ich überlege ob ich irgendwann eine remastered mache so dass sie auch eine bessere grafik hat und nicht diese grafik von 1923 und ja das dazu auf jeden fall freunde so journey ist jetzt aktuell wir sind ja jetzt in madrid gewechselt unter sie dann auf jeden fall jetzt hatten wir noch paar andere sachen die ich jetzt nicht verraten wollte aber die werdet ihr heute noch erfahren heute noch wenn dieses video rauskommt heute noch was gibt es denn noch sonst großartiges zu sagen eigentlich nichts nur das wollte ich verkünden genau dieses video werde ich auf meinen gaming channel hochladen und auf meinen normalen channel also ich habe ja noch einen hauptkanal wobei ich sehr viel mehr aktiv in diesem kanal hier bin also in meinem gaming kanal die das video wird auf beiden kanälen hochgeladen bis ich irgendwann mal nur auf einen kanal die sachen hochladen also dieses format zum beispiel und ja ich werde das mal gucken entweder werde ich das hier weitermachen also meine challenge oder challenge oder wenn ihr möchte kann ich das auch gerne bei mir zu hause machen und ja mal sehen wie sich diese sache ergibt freunde lasst mir gerne ein like da für dieses format wenn ihr mehr sehen wollt ist auf jeden fall noch mehr viel mehr in planung und ja lasst ein like da falls du noch kein abonnent bist weil ich mich sehr gerne freuen wenn du ein abonnent heute bist und ja müsst ihr meine videos reinkommen man genau like da lassen und dann sehen wir uns beim nächsten mal wieder haut rein euer karlitz draußen ciao